Berthold von Losenstein, welcher hier auf der Burg aufwuchs, war für den geistlichen Stand außer Choren und trat Mitte des 14. Jahrhunderts in der Stift der Augustiner Chorherren in Salzburg ein. Sein geplantes Leben in Bescheidenheit und Demut begann jedoch ob seiner ungestümen Art etwas unrühmlich. Im Archiv der Augustiner Chorherren fand sich ein Dokument, welches bezeugte, dass Berthold von Losenstein am 29. Juni 1351 am Domplatz in Salzburg einige seiner Mitbrüder aus unbekannten Gründen dermaßen verprügelt hatte, dass es dabei sogar zu einem größeren Blutvergießen gekommen war. Sein Mitbruder Johannes von Mehlemberg musste sich dann eigens vom Salzburger Erzbischof die Absolutionsvollmacht einholen, um Berthold von Losenstein von dieser schweren Sünde zu befreien. Später wurde Berthold übrigens Stadtpfarrer von Salzburg.